Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 26. Juni Die Liebe duldet alles. 1. Korinther 13, Vers 7 Der Herr hat ein Reich angefangen, heißt es in einem Psalmwort. Ja, als Jesus in dieser Welt erschien, richtete er unter den Menschen sein Reich auf. Und das Hauptgenzeichen dieses Reiches ist Liebe. Es ist eine starke göttliche Liebe, die in unserem Gottesreich regiert. Paulus sagt von dieser Liebe, sie duldet alles. Die griechische Sprache, in der uns ja das Neue Testament überliefert ist, hat hier ein Wort, das eigentlich festbleiben, stehenbleiben bedeutet. Stehenbleiben, wenn alle anderen weglaufen. Solche Liebe hatte der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Wie abscheulich haben sie ihn verraten, preisgegeben und verleugnet, als er zum Kreuz geführt wurde. Wir könnten uns nicht wundern, wenn er nach seiner Auferstehung solche Gesellen abgeschrieben hätte. Wir hätten es sicher so gemacht. Aber Jesus suchte sie auf, ging ihnen nach und hielt die Liebe zu ihnen fest. Das gilt ja nicht nur für die Jünger damals. So hat er ja auch an uns gehandelt. Seine Liebe duldet alles. Und nun sollten wir auch solch eine Liebe zu ihm haben. Eine Liebe, die zum Heiland hält, auch wenn alle anderen weglaufen. Diese starke Liebe, die Jesus und seine Jünger verbindet, soll aber hinausstrahlen in die Welt. Mit solcher Liebe dürfen wir zu denen halten, die von allen anderen aufgeben und abgeschrieben werden. Mit diesen Menschen kann es niemand aushalten, sagt man wohl von einem schwierigen Menschen. Jesus-Jünger können so nie sagen. Sie haben eine Liebe, die standhält, auch wenn alle anderen weglaufen. Herr, vergib uns, dass unsere Liebe immer so schnell zu Ende ist. Mache uns dir ähnlich. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.